Also, er sammle für nen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Alle wollen etwas von mir, das Finanzamt sowieso. Und an dieser Melkmaschine geht die stärkste QKO. Später heisst's in meiner Kneipe, du zahl mir noch ein Bier. Aber ich bin völlig abgebrannt, ich kann doch nichts dafür. Und da kommt schon wieder einer, hast ne Zigarette, Mann. Ich geb ihm eine letzte und ich zünd sie auch noch an. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflicktem Hosenbein und fragt mich überfreundlich, kannst du mir nen Fünferlein? Kaum zehn Meter weiter, da quatscht mich jemand an. Er hätte grad kein Kleingeld für die Fahrt mit der Strassenbahn. Ich schieb mir einen Lolli rein und ein Mädchen lächelt nett. Ihre Wimpen klimpern und sie fragt, ob ich noch einen hätt. Sie könnte nirgends schlafen und wollte mit zu mir. Doch hat man mir gekündigt, ich steh selber vor der Tür. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa ne Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Oder seh ich aus wie ein Kassenschrank?